Plastikverpackungen machen ein Drittel des gesamten Plastiks auf der Welt aus. Und wir alle wissen, wo ein Großteil davon landet. Einzelhändler und Hersteller spüren den Druck der Verbraucher, welche die Verpackungen ihrer Produkte von innen und außen verstehen wollen und sind zudem mit zunehmenden Umweltvorschriften von Gesetzgebern konfrontiert. Das bedeutet, dass sie eine schnelle, effiziente und kostengünstige Lösung für das Verpackungsmanagement benötigen, welche die funktionalen und praktischen Aspekte ihres Unternehmens berücksichtigt. Das sind ziemlich hohe Erwartungen. Glücklicherweise hat TraceOne eine Verpackungsmanagementlösung, der Sie vertrauen können. Das Entscheidungshilfe- und Überwachungstool von TraceOne sammelt zuverlässige Daten, die Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Verpackungsprozess zu treffen. Mit unserem benutzerfreundlichen Dashboard können Sie alle Ihre Daten analysieren und dadurch fundierte Verpackungsentscheidungen treffen. Dazu gehört auch die Ermittlung, welche Materialien analysiert werden sollten, um die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu erhöhen. TraceOne berücksichtigt auch das Verkaufsvolumen, damit Sie fundierte Entscheidungen auf globaler Ebene treffen können. Mit der Verpackungsmanagementlösung von TraceOne können Sie Daten in einem standardisierten Format erfassen, Ihren Verpackungsweg verfolgen, die Nachhaltigkeit unterstützen und lokale und internationale Richtlinien erfüllen. Gemeinsam können wir Ihre Verpackungsherausforderung in eine Wachstumschance verwandeln. Besuchen Sie www.traceone.com, um mehr zu erfahren.